Bei diesem Kollegen, der auch rappt, ob er das nicht hat, fang mal raus in der Schule. Er war so cool, fand ich, dass ich dort komme. Wir erwitieren ihn direkt. Für das muss ich mal aufs Ühegeln gehen. Das ist ein jungen Amerikaner, wie gesagt, heute zu Lützebüch. Er ist D'Anthony Harman. Mösoir. Was soll denn D' oder D'Anthony? Er kann sich streichen. Salut. Was ist so gern unter D'Anthony? Ja, alles perfekt. Alles perfekt. Seid schon bei uns, guck. Wir haben noch einmal. Ich bin froh, dass du bei uns kannst. Wie gut er riecht, Junge. Was ist der? Wie gut er riecht? Wie gut er riecht? Gucci. Ah, Gucci. Gucci, 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 Armani. Nein, nein, den nicht, den nicht. Ich wollte wirklich gut sein Fan von D'Anthony Harman. Wenn man sich mal riecht, wie es sich lieber nennt, D' oder D'Anthony, wird das ein bisschen kompliziert. Das ist alles egal, solange ich nicht richtig sitze. Zum Beispiel an der Schule, sagen wir mal D'Anthony. D'Anthony. Oder Anthony. D'Anthony, du wirst ruhig, okay? Voilà. Du wirst schon mal den nächsten Tag, der könnte die. Das passt. Das ist mir einfach. Und dann sagst du, yo, bitch, wat geht ab? Das hast du gern. Nein, nein. Der hat noch nicht viel langes Tag. Als Rapper. Ja. Du wirst noch 18 Jahre alt. Ja, 18 Jahre alt. Und du wirst schon eine Zeit für Musik machen, oder? Geht, seit 17 Jahren. Ich denke, ein bisschen mehr als ein Jahr. Du wirst auch am Gange ein Album abzuhören, wenn ich mal so gelassen, oder? Kein Album. Mixtape. Ja. Das ist so ein kleines Projekt, das ich am Gange sind zu präparieren, mit Loh- und Datum oder so, ist noch nicht besser. Du wirst noch Bilder haben, weil du vielleicht sehen kannst, wo du am Studio warst, wo du Opel warst. Zählst du ein bisschen. Wem warst du da? Da war ich zu Nantes, in Frankreich. Und der, wo man mal singt, ist der C-Shane. Der ist ein französischer R&B-Sänger, der ziemlich bekannt ist, aber in Frankreich. Und, voila, ich habe ihn über Facebook kennengelernt und sollte mal kommen schaffen, mal zu so meinen. Amerikanisch, auch französisch, gemischt, kennt aber vielleicht abstimmen. Töne ich noch mal rum, dass Musiker und Rapper oder Hip-Hopper, die über Facebook-Connections machen mit anderen Musiker. Das ist wichtig für so junge Musiker, die haben wir in der Tür nicht, aber ich meine, in der jungen Generation, die macht er wohl auch ganz viel, der toll läuft. Ich fand ihn ganz viel, ich hört mal schon, wenn ich auf Facebook gehackt oder so, dann werde ich schon mehr. Weil, da geht aber viel da drüber, aber auch Twitter vielleicht besser, aber ich habe nicht über Facebook. Hast du da auch so, wo du im Studio gefilmt hast? Nein, Shisha, Shisha. Ah, Shisha, okay. Ich will mich nicht strengen. Ja, Gott sei Dank. Hast du so ein Sixpack gesehen? Was ist das? Hast du so ein Sixpack gesehen? Dem Design? Den wirst du nicht. Wir gehen zusammen trainieren. Ja, ja. Ja, Sixpack. Den drängt er nicht. Ja. Wir gehen immer zusammen trainieren. Wir schaffen eine Rolle nicht, wenn er nicht zusammen bestimmt. So gesehen, es war richtig professionell aus. Ja. Es war auch mein grosser Budget, das daran gestoppt war. Hast du das Frieden? Ein Produkt. Ja, ziemlich. Also, das tut dann mal. Und der Clip kommt gleich raus. Wann kommt er da raus? Das ist mal geplankt. Den Zinkten. Zinkten Juni. Tischt Möhe? Ja, am Anfang ja. Wir haben nur noch gehen. Und das ist am Anfang der Eschkehre, wo ich es teile so, wenn ich ihn rauskönne. Ah, das ist dann komm, ja. Voila, voila. So ein Möhe. Hoffen wir, dass das alles gut geht. Und dann sehen wir ja. Cool. Dann sind wir natürlich gespannt, wann er rauskönnt. Ähm. Du hattest auch ein kleines Cover sozusagen. Ja, Voila. Outis. Ziemlich bekannt Lied. Ja. Tip-Pop-Fans kennen das. Kanye West, Jay-Z, The Throne, die das gemacht haben. Ähm. Ich habe auch so gelöst, dass du in einer Proje in Loham, dass es immer mehr größer wird. Kann er ... Ja, in Proje mit einer Sänger auch in Lützeburg. Auch im Ausland. Auch ein bisschen mehr Bekannter, wo ich Loham gegangen bin, ja. Hältst du aus dem Tisch im Laufen? Ja, natürlich, natürlich. Ich wünsche dir eine gute Chance. Gleich schon einmal der Live-Performance am Studio von Di. Mal. Na, what does it make it easy? Well, it doesn't make it easy. It is easy. It is easy. They just make it easy, right? I expected it to be harder, you know. I guess it's not Ben's Club Thank you D Harmon We out here, you know Cartoon Look D Anthony Harmon Alright Look They like you playing I am like nah 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 I think I should have been on freaking Teflon Don Nah 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 what's my name I know they knowin' and if not check out the walk of fame Okay I just got started and they say I'm going crazy Like young Marcus I'm on my son in the making They shaking, faking, hating, playing I swear that my mother's son is so freaking amazing Jaden Smith Karate Kid Check out my girl to really know what a hottie is It probably is true that you all jealous Shout out to the real women taking care of their fellas I'm just letting my flow go Shout out to Deuces, Africa, Togo Real friends, fake friends, real friends, fake fans You need to man up, uh-huh For God's sake man, Mary Mary on the wall, who's the best rapper? D Anthony, 18 and got too much swagger I ain't saying I'm the best, I'm just saying that I'm better They say that I'm hotter than the freaking Kelly weather I do a super size, no Happy Meal And I don't really care how I make my haters feel Sad, mad, bad, glad I'm about to buy toys that my haters never had So many hats, I'm like any mini money, mo' ballin' Yeah, my chain is really, really shiny, yo I'm chasing diamonds, bro And the Lamborghinis They're staring at me, but you're backed in like if they don't see me They see me, they need me, they feed me, can't beat me And won't meet me, won't leave me, won't keep me, believe me Cause I'm way too smart to be playing their games And all I do is win and be chasing the fame I came, I saw, and made them all cry Ran into their mama screaming, why, why? Who did this? They got, got And I just go to sleep like, voila Nada is what they is, not me They trying to stop me, shock me, but can't block me Who's the hottest on the block? D.B. I'm about to stop, cause this shit is too easy That shit is too easy Ben's Club, we call it best show ever, 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 ever I'm out